Hallo, der BlindSpecTator für euch haben wir gewohnt und wir spielen zusammen mit Lauri Link und Pixelplayer Jack, weiter Human Fall Flat. Wir haben hier die krasse Kisten-Challenge. Jawohl, moin. Ey. Und Lauri, was machst du mit mir? So, Bodyslam, come on. Ich hab dich. Yeah. Ich gucke auf. Nein, der hat losgelassen. Nein, bam. Scheiße, war kein Bodyslam, zumindest keiner von mir. So, wir sind hier wieder bei diesen tollen Containern. Genau. Und wir wollten uns jetzt eigentlich hier Container vom Schiff runterholen. Ah, nee, ich wollte eigentlich nicht auf Check. Das klingt falsch. Ich wollte eigentlich hier... Ja, dann mach das doch. Lass mich los. So. Jetzt zieht sie dich wohl da hoch. Ey. Er hat meinen Fuß. Er hat meinen Fuß. Lauri. Bin ich grundsätzlich gut. Rette mich. Wie gehen wir das Ding jetzt am besten an? Ja, am besten erstmal hochziehen, damit wir nicht hier einen Container von hier mitnehmen. So. Ja, okay. Und da fahren wir das Ding mal rüber. Ja, wie viel Loch wieder hängt. Oh. Warte, fuck. Oh, fast gut angekommen. Das Ding bewegt sich. Das ist ja... Ich glaube, ich kann easy going dorthin schwingen. Ja, okay, dann probieren wir das doch. Noch einmal schwingen, noch einmal schwingen. Ja. Und jetzt lass uns los. Los, Lauri, schwingen wir den. Jawohl. Geil. Jetzt musst du nur noch ein bisschen weiter laufen, da dürfte sich irgendwelchen Checkpoint kommen. Schönes Spiel verarscht. Lauri ist weg. Okay, was machen wir? Komm mal her. Hat sich schon mal irgendwas gespeichert? Komm mal her. Nee, komm mal mit. Kein Plan, was jetzt... Hier ist halt noch eine Kiste, wo ich nicht weiß, ob ich die jetzt hier reinschubsen muss. Nein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, okay, das war schon mal gut. Wir machen schon mal einen schönen Bodyslam hier wieder. Oh Gott, Alter, das ist jetzt nicht... Nein, das muss jetzt sicher getimt werden, alles, oder wie? Ja, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn nicht. Ach doch. Boah. Voll am Kopf auf dem Rumpel. Oh mein fucking Gott. Was machst du denn da? Lass uns teilhaben. Oh mein... Das klang schmerzhaft. Nein, 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 die Kiste... Okay, ich habe mich festgeklemmt, egal. Äh, was? Ja, also das könnte ich dann sehr gern bei mir in der Aufnahme angucken. Das war... Das war crazy, Karte. Ich will mit rüber. Hat sie jetzt mal gespeichert, weil... Nee, immer noch nicht. Nimm dich. Mist, jetzt komm mal her, hier. Tötet euch einfach mal. Haben wir gerade schon. Ja, ich habe ja wieder Bodyslam mit ihm gemacht. Ich habe halt keinen zur richtigen... Ja. Muss ich hier... Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, wie ich es vielleicht klappen könnte. Ähm... Kannst du das Ding ein bisschen höher ziehen? Ach, soll ich dir deinen Arsch hier retten, oder was? Einfach nur ein bisschen höher. Stopp, stopp, stopp. Ist, äh... Also kann ruhig tiefer, so... So, dass man da quasi selber noch dran springen kann, weil... Soll es ja auch die Möglichkeit haben. Ich glaube, das könnte vielleicht noch drin sein. Sonst kann ich es ja selbst wieder ändern, ne? Hm. Ich schwing mal. Oh, jetzt geht doch ins Wasser, du blöde Kackkiste. So, ich häng dran. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir noch schwingen, mit dem Körper. Und? Scheiße, ich bin gleich tot. Ah, es gibt sogar die Energie nicht, ne? Es ist zu früh losgelassen. Ich bin auch nicht tot. Ich bin auch nicht tot, okay. Uh, das war es noch nicht. Ihr versucht, bei euch weiter zu arbeiten, ja? Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Nein! Könnte es schaffen. Ärgerlich. Ich glaube, das Ding muss irgendwie noch ein Stückchen weiter nach links rüber. Also das Fahrzeug. Okay, okay, okay. So, das Ding. Also du meinst, der Kran. Okay. Das müsste reichen, nur ein kleines Stück so. Yes! Nein! Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich keine Kiste mehr. Können wir nicht auch noch etwas näher? Nee, oh nee, das ist weiter weg. Jawohl. Oh, Moment. Nee, das ist weiter weg. Und jetzt? Komme ich mit Speed. Wow, wow. Ja, ich habe gerade fest, Entschuldigung. So. Ich versuche dich nochmal mit Speed hinzubefördern. Gegen die Kante. Das ist natürlich nicht der hilfreiche. Also ich habe keine Idee, wie ich jetzt weitermachen könnte. Ich auch nicht. Weil ich habe meine zwei Holzkisten verballert. Die klemmen jetzt dort hinten irgendwo rum. Los, den Arm hoch. Jawohl. Ich habe es geschafft. Ich bin drüben. Sehr schön. Dann hilf mal, Lauri. Oh nein, ich bin gestorben. Wie gestorben? Ähm, abgesoffen oder was? Ja. Ist wieder drüben? Ja. Ha! Ha! Okay, äh, oh wow. Was ist denn hier los? Wo muss ich denn hier lang? Ähm, ja, das Floß ist, glaube ich, auch schon drüben. Also was heißt das Floß? Das kleine Holzbrett. Äh, hier gibt's, hier gibt's ein Floß? Da gab's ein Holzbrett, aber mit dem bin ich halt schon weitergefahren. Weißt du? Sehr schön, jetzt ist es gesaved. Ja. Warum hat's jetzt gesaved? Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du nicht den richtigen Weg lang gelaufen. Okay, dann küll ich mich jetzt einfach. Ja, mach ich auch. Schwupps! Und hier kommt er weiter vorne an als ich wahrscheinlich. Ja, aber hier bin ich auch lang gegangen. Ja, süßer. Ah, moin, Mauri. Hier hinten, hier hinten, also, warte. Ja, ich komm mal mit. Hier war so ein Holzbrett. Das hab ich reingeschubst, das ist dann quasi hier übers Wasser lang getrieben und das hängt jetzt dort vorne, wie du siehst. Achso, da unten, Wasser ist viel. Ja, ich bin hier direkt reingeschaltet. Hier am Wasser dann entlang machen, aber das Problem ist... Ja. Okay, das ist ein Problem. Das ist erstmal kein Problem, weil wir können ja einfach unter Wasser lang und uns auf die Seite ziehen, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstellen würde. So, warte, warte, warte. Oder uns einfach hier hochziehen. Aber jetzt ist... Das, was du nicht geschafft hast, hallo. Was? Ja, oder das? Ich hab mich da hochgezogen. Aber jetzt haben wir nämlich ein anderes Problem. Wow. Weil hier waren nämlich auch nochmal zwei Holzkisten. Ich sag nicht, abzuhören. Ja, hier waren auch nochmal zwei Holzkisten. Die hab ich reingeworfen. Ja. Und mit dem wollte ich dann hier rüberfahren, damit ich dort drüben weiterkam. Aber, ja, du siehst, die Holzkisten sind dort drüben und wir sind hier. Okay, dann schlage ich vor, machen wir doch einfach mal das Tor auf, oder? Nee, das wär zu einfach. Hast du da nicht dran gedacht, dass man das Tor aufmachen könnte, also versuchen könnte? Wo wäre denn da die Challenge? Da können wir ja diverse Kisten jetzt hier einfach noch reinhauen. Und dann haben wir hier, glaube ich, einfach Wasser. Wäre doch ein Anfang. Aber dazu musste man natürlich das Teil öffnen. So, ich schmeiße ihn mal da rein. Sag mal, fürs Wohl. Oh Gott. Ich bin mit drin. Ja, das macht nichts. Ich hab's auch nicht abzaufen. Oh, shit. Oh, sieh mal an, das sieht doch noch am Weg aus. Nice. Speichern. Ja. Da kam auch direkt was zum Speichern. Okay. Was ist das? Äh, ein Floß. Sollten wir vielleicht gemeinsam mitfahren. Warum ist hier so eine Kette dran? Damit sie nicht wegschwimmt, würde ich sagen. Ach so. Wenn man die jetzt abmacht, dann... Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann fließt man das Ding. Aber, wozu ist das Ding da oben? Ähm, das kannst du... Keine Ahnung. Hätte man hier auch hochklettern können. Vielleicht. Ups. Ja, damit kann man es dann wieder festmachen hier, quasi. Okay, nee, kann man nicht. Also, man hätte dort nicht... Ja, stimmt. Warte mal. Pff. Da sollten wir es auch festmachen, oder? Äh. Nicht die Luft anheben. Ja, ich arbeite dran, aber das ist gar nicht so... Äh, welchen Teil habe ich jetzt? Aber warum... Warum wollt ihr das Floß eigentlich wieder festmachen? Äh, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Ah, okay. Dann wird es nicht wegschwimmen. Klingt nach einem Plan. Jo, dann ist es fest. Äh, sag dir mir, wenn es gespeichert hat? Jo. Ähm, noch nicht. Oh, guck mal hier. Ich kann das Floß wieder losmachen. Hier ist auch noch mein Floß. Oh Gott. Oh shit. Jo. Check, grüß dich. Verdammt. Moin. Die Frage ist, haben wir ein Problem, wenn der Phil jetzt auch drauf geht? Das könnte sein. Äh, das Floß spawnt immer wieder neu hinten. Äh, jetzt gerade nicht. Ja, dann, wenn es weg ist. Äh, ist nur die Frage, was man hier tun muss. Ja, aber es ist ja festgebunden. Das ist, glaube ich, das Problem gerade. Es sollte wieder... Äh, wir sollten es wieder lösen. Mist. Oh, warte mal, Lauri. Äh, nein, nein. Was wird denn das? Nein. Ah. Ah. So ein Shit. Ich habe gar nichts Besseres zu tun. Ich habe es gemerkt. Ich werde mal versuchen, hier so eine olle Kiste aus dem Wasser zu pflücken. Brauchst du Hilfe? Ich weiß nicht. So, heb die Kiste an. Wäre es nicht sinnvoll, eine Kiste zu nehmen, die hier relativ nah dran steht? Ja, aber, ähm, die sind doch größer, oder nicht? Nee. Die sind alle gleich groß. Das ist nur so eine Halbkisten. Ja. Phil fährt ja weiter, finde ich gut. Was? Wo? Nee. Ja, aber das ist nur Sackgasse, ne? Okay. Werde jetzt sterben. Was? Wie, nein, nicht. Oh, das Fluss ist wieder da. Sag ich ja. Ey, nein, 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 warte auf mich, nein. Tschüss. Aber das kommt dann ja gleich wieder. Gut, wir lassen es einfach fahren. Wir brauchen da halt von da rechts die Kiste, die wir hier draufstellen können. Hm, alles klar. Ah, okay, das bedeutet, dann... Dass immer mein Fluss wieder herkommt. Dann tschüss, Phil. Ja. Tschüss. Tschau. Ein Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Mach's gut. Mein Fluss. Ah, mein Fluss. Dein Fluss? Nein, Lauri. Lauri. Was denn? Warte auf mich. Nö. Lauri. Warte auf mich. So, was und von Wuppe haben wir eine Kiste? Von da hinten. Ja, der ist ja runtergejumpt. Abgesoffen. Weil ich... Dort war ja noch ein Fluss und das wird ja nicht umsonst so sein. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Äh, okay. Nein, finde ich gut. Finde ich gut, dass er hier gestrumpelt ist. Nein, Lauri. Der haut schon wieder alleine ab. Das ist noch nichts. Das Fluss fährt halt von alleine. Ja, sobald du drauf stehst. Ne, das ist auch vorher schon gefahren. Okay, schön gemacht, Lauri. Okay. Aber... Ich wollte dir da schön ins Wasser slammen, ey. Ey, was? Phil, ich hab dich. Ähm... Ich hab dich nicht. Ich hab dich. Mach mein Rücken. Am Nacken. Okay. Mit dem Nacken. So. Okay. Komm her, du. Kommt mir hier irgendwo hoch. Phil. Lass was. Oh. Oh. Jo, ich komm hoch. Oh, shit. Fuck. Ja, ich fahr mal trotzdem weiter. Mhm. Ne, hier kommt man nicht weiter. Schade. Mist. Was macht ihr denn? Wir haben uns beide ans Floß gehängt. Da hat es jetzt umgedreht. Das war so nicht geplant. Nein! Was? Ach, hier kann man nicht sterben. Okay. Okay, dann guck ich jetzt mal, was man mit dem Floß hier machen kann. Oh, neues Floß. Neues Floß, neues. Wie, neues Floß? Ja, hier, das bei uns hier. Machst du das mal eben lose, Phil? Einfach hier drauf springen. Das darf doch her. Ja, sieh ich mal. Komm, 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 komm. Aber jetzt müssen wir irgendwie... Okay, okay, okay. Okay, das Floß dreht sich hier einfach runter. Nach links, nach links, nach links und dann dreht sich das so ein bisschen mit. Okay, ich habe die Kiste. Sehr schön, jetzt müssen wir... Schon mal sehr schön. Gas geben und rüber. Verdammt! Verdammt! Ich bin tot. Ne, das heißt... Oh, ich habe mich noch gerettet. Jetzt ist dieses... Oh, nee, also ich habe mich dumm angestellt. Jetzt ist dieses Floß aber da hinten und ist fest. Nein, shit, was machst du? Shit, ich wollte dich da alleine runternehmen. Lass mich los, lass mich los. Nein, das Floß, das haut schon ab. Ach, komm. Das fährt wirklich alleine. Das ist ja ärgerlich. Komm her. Nein, oh Gott. Ah. Nein. Nein. Lauri. Er schafft es nur. Nimm meine Hand. Ja, ich bleibe hier. Boah, das ist ja absolute Freche. Shit, Alter, jetzt... Mann! Das kann ja nicht so schwer sein jetzt hier. Geh weg von mir! Nein! Und rüber. Nein? Okay, wir sind mal wieder alle auf dem Floß. Ja. Und wir fahren in die Sackgasse und bleiben weg. Wo man steht und hinfährt? Da, wo man steht, da längst ein bisschen hin, ja. Okay. Alter, nicht so sehr schaukeln. Also, wir brauchen jetzt quasi nochmal... Nee, Jack! Nein! Wie bei so einer Katze. Aus! So, müssen wir jetzt hier links... Ja, wir versuchen, irgendwie zu der Kiste zu fahren. So, erstmal hier rum. So. Shit. Kann man da oben drauf klettern, auf die Röhren? Aber das Floß ist jetzt... Ach, das hängt da hinten in der Ecke. Hä? Ja, das ist so das Problem. Neu-Spawn. Fuck. Okay, da geht's nicht ertrinken. Geht's da durch? Oh, ich komm da durch, das wäre. Aber? Hm. Nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Ach, wie bist du denn du dorthin gekommen? Ich bin hier hinten langgegangen, so. Keine Ahnung. Mist. Aber so hat's nicht geklappt. Oh, stark. Jawohl. Aber die nächste Frage, die es mir stellt... Wie kriegen wir jetzt die Kiste da hin? Genau, wie kommen die Kiste hin? Warte mal. Oh, sehr schön. Wenn du die Kiste ans Wasser schiebst, schwimmen die dann vielleicht zu mir? Fast runtergefallen. So, ich komme. Ich komme. Ich komme. Yeah. Geil. Komm, ich bin da. Das hättest du reinfahren können. Äh, ne, die schwimmt hier vor. Na, okay, die wird gleich wieder spawnen, denke ich. Wahrscheinlich. Oh Gott, das Floß. Ach, check. Aber dann spawnen. Das Floß auch wieder. Ja. Ja. Siehst du, die Kiste ist dort, dann musst du die halt eben wieder rein treffen. Ich mache sie an. Ich lasse das Floß jetzt einfach mal zerstören. Willst du die Kiste nicht einfach mit hier rüber nehmen und wir nutzen die dann, um da oben rüber zu kommen? Ich glaube, das ist nicht hoch genug. Ich kann euch wissen. Im Zweifel kann ich euch noch die Tür öffnen. Ich probiere mal eben kurz von hier und dann... Jawohl. So. Dann machen wir mal den hier. Da ist jetzt das andere Floß auch wieder. Nee, nee, nee. Also check, wenn den machen willst, dann kannst du aber jetzt durch die Tür gehen. Wie? Ist die Tür offen? Achso. Hör sie an. Ach shit. Nicht rechtzeitig. Ja, bringen wir uns dann jetzt um oder was machen wir? Ich weiß nicht, also wir können das mit der Kiste natürlich gerne noch probieren, wenn ihr das wollt, aber ansonsten ist da hinten noch so... Ja, es hat jetzt eh gespeichert. Wenn wir nächstes Mal sterben, sind wir eh auf der anderen Seite. Hm. Das stimmt schon. Wer weiß, vielleicht kriegen wir den Level ja noch in der Folge. Moment, ich habe die Idee. Lauri, halt dich bereit. Toll. Äh. Nein, die Kiste ist so schwer. Ach, sch... Äh, Lauri. Achso. Sehr schön. Weißt du, wer nicht drücken ist? Check. Genau. Ja, die wichtigste ist ja hier. Ja, weil ich dann auf der Schlossener Tür stehe, ne? Ja, da geht doch direkt wieder unter. Nein, nein. Oh Gott. Fahrt nicht einfach mit dem Boot weg. Äh. Scheiß, okay, ich bin dran. Äh, hier in den... In welcher Richtung überhaupt? Ähm, fährt das nicht wieder von selber? Ja, aber die Frage ist halt, in welcher Richtung? Das weiß ich auch nicht. Warum hängen das Paddel nicht dran? Achso, das ist so eine... Wie nennt sich das Ding aus Venedig? Äh, Boot? Ja, die haben einen speziellen Namen. Boah, müssen wir jetzt... Nee. Kann... Kann mir ja nicht ein bisschen... Wuh, shit. Ich lauf ab. Ich lauf auch. Ey, ich lauf nicht ab. Ich will doch nicht hochkommen. Und doch ein Comic. Ich war warm. Ich werde schon... Nicht ab, Mann. Nein. Frag mal, ich bin am Ende. Hättet ihr gar nicht mit dem Boot fahren müssen? Haha. Wer ist der Kapitän? Huh. Ich bin der Herr der Welt. So. Ja. Da vorne geht's durch, aber man kann auch irgendwie da oben rüber, oder? Nee, ich stehe hier durch. Okay, hier geht's auch wieder weiter. Ach du Schleiße. Was ist das für ein Hindernisparcours hier? Mann, Alter! Ach, nee, da geht's nicht. Dann muss es hier lang gehen. Ah, und man hätte wahrscheinlich von da oben springen können. Fuck. Ich seh's schon. Fuck. Die Lichter ist es in Semi hier. Nee, komm. Ach, komm, ey. Ich darf mal nicht immer so oft springen. Was macht ihr denn da? Das ist gar nicht so einfach. Ach. Tu nicht so. Ich bin doch schon längst drüben. Kann ich mal nicht immer so weit rutschen, wenn ich hier respawn? Ja, der Boden ist gritschig. Doch, Mann. Also, ich musste nur über zwei von den Dingern da rüber... Achso, du bist da hinten. Ich hab's über die rechte Seite gemacht. Ja, gut, da kommen wir jetzt nicht mehr hin, weil das Boot ist, ne? Ah, ich springe immer zu zeitig, ey. Ja, wir versuchen jetzt mal, dass ich hier einen Checkbank kriege. Ja. Also, ich streng hier an. Vertraut euch nicht. Vertraut euch nicht. Nein. Und jetzt wird's was werden. Aufgepasst, Jack kommt. Wuhu. Bang. Und? Wir sind schon wieder bei Porn ab, ey. Jack kommt, ey. Ach, siehst du wohl. Jetzt haben wir einen Safe-Spot. Da vorne ist ein Floß wieder. Das hole ich mir. Geht das so? Ach, weg mich. Komm, stirb. So, das Ding lassen wir am besten mal eben hier liegen. So, flop, weg damit. Äh, füff, 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 füff. Nein, ich wollte doch mit. Ja, aber das Ding fährt halt einfach los, ne? Ich krieg dich. Fuck. Nein. Drauf gegangen. Oh, Steine. Ach, Mensch. Okay, ähm, ich glaub, das wird noch ein bisschen dauern. Oh, warte mal. Ihr könnt's ja noch mal herziehen. Ja, aber ich mein auch im Insgesamten. Sag mal, willst du, ich wollte den Stein hier runterziehen. Warum? Ich dachte nur. Weil das so schön und steinig ist. Ah, warte mal, ich hüpfe da mal rüber. Ach, voll toll rübergehüpft, Jack. Ja, Mann. Ganz toll rübergehüpft, Jack. Ja, du kannst doch, glaub ich, nicht rüberhüpfen. Was ist mit dem Stein jetzt hier? Also, nee, für was brauchen wir denn das Ding jetzt hier? Aua. Damit kann man das Boot wieder herziehen. Damit kann man das Floß herziehen. Andersrum halt. Ja. Das ist ja großartig gewesen, ey. Wie unnötig. So, jetzt gucken wir uns das mal an. So, komm ich da ran? Ich seh das gerade nicht. Perspektivisch. Äh, ist schwer. Ja, sehr gut. Oh, schade. Und. Oh, nein. Vielleicht kann ich's noch mal ein bisschen in die Richtung treiben. Oder ich, ich kann's auch einfach komplett lenken, quasi. Echt? Oh, shit, shit, shit. Was passiert da? Da passiert was. Was ist das denn? Ähm. Phil? Ja, ich bin hier gerade am Tango tanzen. Ja, ähm. Geht's dir gut? Ich, also, mein Nacken sieht nicht ganz so gesund aus. Oh. Oh, ich hätte da nie die Idee. Sag mal. Äh. Ja. So. Nee, nee, du machst jetzt nicht Stapel. Nein. Aber jetzt. Ja, okay. Sorry. Ja, aber wir kommen, wir kommen gerade eh nicht weiter, weil Phil einfach ohne uns fährt. Das Schwein. Das war keine Absicht. Nein. Lass uns ihm winken. Was macht man jetzt, wenn ich hier untergehen würde? Wäre dann Game Over, oder was? Das könnte. Beziehungsweise man kann den Checkpoint ja nochmal neu laden. Äh. Aber dann ist Boot noch nicht unbedingt da. Doch, wenn ich den Checkpoint direkt neu lade, dann schon. Aber was zum... Ich weiß nicht, was das alles hier wird. Äh, nein. Oh, fuck, 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 fuck. Die Frage ist, warum ich bin hier eigentlich nicht weg? Hältst du dich irgendwo fest? Nö. Hä? Aber warum stehst du so schräg in der Luft? Ja, er lehnt sich irgendwie mit dem Arm hin. Ich halte mich echt nicht fest. Und du... Ach, ich hab mal das Ding umwerfen. Ach, shit. Ah, doch. Ich hab's nur geworfen. Siehst du wohl. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Phil, walte deines Amtes. Ich arbeite daran. Es ist nicht so, wie jetzt würde ich's nicht tryen. Oh, oh. Ja, ich hab dich noch nicht gehört. Und die Zuschauer auch nicht. Oh, oh. Die Situation wird schlechter. Das ist nicht gut. Ja, okay. Das ist häufig so, wenn Situation schlechter werden, dass der ziemlich gut ist. Nicht absaufen. Oh, ich kann vielleicht auch da hinten rauf. Jawoll. Dann schau mal drüben hier. Wie hast du das jetzt gemacht? Ruhesprung. Meinst du denn? Hier, mach ich gleich nochmal einfach hier so, weil ich's kann. So hier? Du bist einfach ins Wasser gelaufen. Das ist ja auch großartig. So hier? Nee, so nicht ganz. Ja, aber wir haben halt jetzt gerade keine Chance. Phil, such einen Spawnpunkt. Bitte. Ja, ich laufe. Ich laufe. Gut. Das machen wir. Aber, ich würde trotzdem appellieren. Oder hast du da hinten das Ende gesehen? Nee, Ende ist hier noch nicht. Ja, siehst du wohl. Und mal hier zum Rundumschlag aus. Mal feiern. Oh, fuck, ich durfte mich nicht am Boden festhalten. Ja. Also, ich habe hier so einen Hebel erreicht. Mal schauen, dass die Hebel wacht. Vielleicht auch mal eine Seilbahn fahren. Oh, der fährt die Seilbahn. Das ist ja großartig. Ich würde da gerne was von mitkriegen, Phil. Ciao, Leute. Hey. Ich fahre zum Himmel wie Jesus. Du fährst zur Hölle. Ich glaube, da wird das Ende sein von der Map. Ich bin mir nicht sicher. Können wir gut vorstellen. Also, ich meine, die war ja auch übelst lang. Die geht auch noch ein bisschen. Echt jetzt? Ja. Holy moly. Ja, tschüss. So. Dann fahr da mal hoch. Was meinst du? Sagen wir währenddessen? Tschüss. Tschüss. Genau. Ciao.